Jetzt sind Sie bei uns. Große Freude natürlich bei uns, Lucia Nistler und Felix Kurmeier. Danke schön fürs Kommen. Da geht es ja drunter und drüber in dem Stück. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Ja, aber das ist das Thema, ist ein spannendes Thema. Hier wird Liebe 360 Grad erklärt und ist eine besonders lustige, aber auch sehr tiefschürfende Beziehungskomödie, kann man es nennen. Und da gibt es einen, der ist eigentlich an allem schuld, dass alles durcheinander kommt. Ja, ich bin ein Psychotherapeuten und durch eine paradoxe Intervention, das ist ein Fachbegriff aus der Psychologie, wird diese Familie wirklich auf den Kopf gestellt und dann eigentlich als geheilt entlassen. Das ist das Interessante, ja. Aber der Ausgang des Stückes ist durchaus überraschend. Ja, das ist ja... Nicht spoilern jetzt. Das darf man gar nicht überraschen, aber es ist schon sehr, sehr interessant, welche Wendungen eben durch diese psychologische Methode da an den Tag kommen. Aber es gibt ja durchaus auch Situationen, in denen gelacht werden darf in diesem Stück. Ja, absolut. Absolut. Ja, ja, der Stefan Vögel, das ist ein sehr bekannter Autor. Die Niere stammt auch von ihm. Genau, es stammt auch von ihm. Und es ist wirklich ein tolles Stück. Wir haben auch beim Lesen haben wir schon irrsinnig gelacht, weil das natürlich, ja, das muss einem einfallen zu so einem trockenen Thema, eigentlich so etwas Lustiges zu schreiben und auch solche Wendungen. Das ist wirklich, das muss man können und er kann das sehr gut. Wie fühlt es sich denn an, Regie zu machen? Supergut. Ist ja nicht meine erste. Es ist ganz, ganz interessant, vor allem, weil es ein spannendes Thema ist. Und wenn man so volksame Kollegen hat, ist das natürlich toll. Volksame Kollegen? Das fordert Widerspruch, oder? Ja, die Lucia hat Regieanweisungen, wo man sagt, warum soll ich das jetzt machen? Und dann kommt sie mit ganz tollen Erklärungen, die so eindeutig sind, dass man das wirklich als Schauspieler gerne und leicht umsetzen kann. Weil oft kriegt man Regieanweisungen und sagt dann, warum soll ich das jetzt machen? Ist für mich nicht schlüssig. Aber ihre Erklärungen waren so schlüssig, dass man das wirklich gerne macht. Und das Ergebnis gibt ihr recht, weil das ist ein sehr, sehr großer Erfolg. Kann man das von jemandem auch leichter nehmen, wo man weiß, sie ist ja eigentlich auch Kollegin als Schauspielerin und Musicaldarstellerin und kennt die andere Seite auch gut? Absolut. Absolut, es macht sich auch was aus. Aber sie ist sehr erfahren und wie gesagt, sie hat uns sehr, sehr gut geführt, sehr sensibel. Aber ich komme aus dem Loben gar nicht mehr raus. Danke, Felix. Ich glaube, sie kann genug Lob ertragen. Ja, das kann man immer genug kriegen. Wenn ich schon mal drüber nachgedacht habe, dass ich mal geschaut habe, Oscarpreisträger sind selten eigentlich Regisseure, die vorher Schauspieler waren. Das war ein No-Go früher. Inzwischen gibt es das immer öfter, oder warum ist das so? Ja, es ist wahrscheinlich auch eine gute Entwicklung. Und es hat bei mir ja, es ist eine Parallelgeschichte gewesen. Ich komme eigentlich aus Musiktheater, habe auch Gesang studiert. Und das hat sich ergeben. Da wächst man hinein. Und jetzt mache ich eigentlich viel mehr Schauspiel als Musik. Es ist natürlich auch ein natürlicher Prozess, weil die Stimme sich auch verändert im Alter und das gerade bei Frauen. Jetzt spielt er in einem sehr kleinen Theater in dem Fall. Merkt man da, spürt man das ja nach, die Reaktionen des Publikums. Das ist ja sicherlich auch sehr spannend, gerade bei so einem Stück irgendwie, wenn man das erste Mal dann damit... Absolut. Es ist total wirklich, es ist sehr intim, hat einen direkten Kontakt zum Publikum. Die Freibühne Wieden ist circa 40 Jahre alt und ist eigentlich eine Urführungsbühne geworden, jetzt unter Michaela Ernstein. Und das ist, sie heißt ja auch Freibühne Wieden, das heißt, sie traut sich über Themen drüber, die momentan vielleicht ein bisschen grenzwertig sind. Und dadurch natürlich, dass das Publikum sehr anzieht natürlich. Und das Publikum sagt, okay, dort sind meistens immer spannende oder sehr aktuelle Stücke. Und das macht das auch für uns Schauspieler und natürlich Regisseure sehr interessant natürlich. Es ist wirklich ein kleines, homogenes Haus und man sitzt quasi fast dran oder auch drinnen in der Deko. Und dadurch ist man im Stück sofort integriert. Also es ist schon ein ganz feines Haus. Lacht das Publikum immer an derselben Stellen? Du spürst sie? Es ist natürlich so, es ist so wie bei einem Wein, der gut reift. Es ist natürlich die, von der Premiere weg spielt es sich immer mehr ein. Und man weiß dann schon, auch als Schauspieler, wie man gewisse Pointen setzen kann, damit das Publikum noch mehr lacht. Das ist auch bei uns der Fall. Die Lacher nehmen zu und das wird sich bis zur letzten Vorstellung, bis zur Teniere sicher noch fortsetzen. Aber es ist für uns wirklich ein Hochgenuss, wenn man das Publikum so erreichen kann mit einem sehr, sehr aktuellen Thema, das uns alle betrifft. Es ist ein kleines Team, vier Leute seid ihr, glaube ich, auf der Bühne. Wächst man da eigentlich in der gesamten Zusammenarbeit nochmal ein Stück näher zusammen? Ja, absolut. Das ist ein sehr freundschaftliches Team. Ist bei mir eigentlich meistens der Fall gewesen, ich habe immer Glück gehabt. Aber so wie Sie richtig sagen, das ist dann schon wirklich, man trifft sich mit Freunden. Und mit Freunden zu arbeiten, ist natürlich ein spezieller Hochgenuss. Sie sind freier Schauspieler. Genau. Stelle ich mir Management gar nicht so einfach vor, zu schauen, einfach zu organisieren, wann habe ich Zeit dafür, wann Zeit dafür. Und Seminare geben Sie, glaube ich, auch noch. Genau, Seminare gebe ich auch. Das ist Ihnen vollkommen recht, das ist ein bisschen vom Time-Management, vom Zeit-Management ist ein bisschen schwierig, aber es geht sich immer aus. Und vor allem, was es so spannend macht, dass man wirklich immer neue Eindrücke bekommt. Es kommt nie irgendwie zu einer Routine. Man weiß noch nicht, was man in einem Jahr macht. Und plötzlich hat das Telefon mehr, es wird einer neuen Produktion drinnen. Es ist an der freien Szene halt besonders schön. Und ich habe zwei Kinder und das zu organisieren, die möchte ich natürlich viel sehen. Und deswegen ist natürlich das anspruchsvolles Zeit-Management, aber natürlich, es ist spannend. Sind die Kinder, ist die Familie eigentlich der härteste Kritiker? Weil wir alte Kinder jetzt sind natürlich. Meine Tochter ist zwölf, die hat mich heute eingekleidet. Nein, da bist du kritisch. Ich habe gesagt, er hat sich wieder ein schwarzes Zaku und es schaut besser aus. Und mein Sohn ist auch ein Kritiker. Also wie gesagt, ich höre sie auf meine Kinder, weil sie wirklich einen sehr guten Blick haben. Ein anderes Projekt von Ihnen ist auch die Kellergassenkerda im Sommer. Da kann man wieder aber dann ganz was anderes machen, quasi künstlerisch. Ja, das ist Theater, das wir auch anpassen an den Ort. Das ist immer ganz wichtig, dass es dorthin passt. Und die Keller, die wir zur Verfügung haben, müssen wir auch bespielen können. Das ist wichtig für uns. Sie geben auch Seminare? Ja, ich unterrichte unglaublich viel, obwohl ich eigentlich in Pension bin. Das kann nicht sein. Doch, aber es ist so, das kann nicht sein. Nicht 40 in Pension. Danke für einen sehr charmanten Tag. Das jetzige Stück steht wie lange am Schulplan? Jetzt bis zum 12. Oktober und danach spiele ich wieder ein Stück vom Stefan Vögel. Das Freundschaftsspiel, Markus Strahl, Neubühne Wien. Und also bei mir geht es von einem Vögel in den nächsten Stück. Okay, da gewöhnt man sich aber auch ein bisschen daran wahrscheinlich schon, oder? Ja, aber er hat auch wirklich ganz, ganz tolle Stücke. Also die Niere ist ja ein riesiger Erfolg, aber nicht nur die Niere, sondern auch die anderen Stücke. Und ich habe schon drei Stücke gespielt von ihm und das ist so, auch dieses Stück speziell, ich habe mit ihm gesprochen, es ist wirklich ein Guss, es gibt keine Brüche in dem Stück, das ist so schön zum Spielen. Es ist von vorn bis hinten wirklich, es ist alles klar. Die Charaktere sind toll geführt, die Geschichte hat einen guten Bogen, das gibt es nicht so ganz oft. Das heißt, das war auch klar, wenn man das Stück das erste Mal liest, okay, für meine Regieideen, ich weiß genau, wie ich diese Stücke habe. Sofort, ja, weil man ja auch auf viele Sachen, die da vorkommen, zurückgreifen kann. Wir haben alle Verhaltensmuster und wir nehmen die und setzen die dorthin, weil die einfach passen. Meine Damen und Herren, hier sitzen die Präsidenten des Steffi-Fanclubs. Dankeschön fürs Kommen, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für den Eindruck. Und ich bin gespannt, was noch für tolle Projekte kommen. Ja, freuen wir uns auf die nächsten. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.